Den roten Kondomring. Boah, bist du mächtig. Nein! Ja, bist du mächtig. Bist du mächtig schlecht. Ah, da ist ja noch so einer. Ich will, ich will. Ich will. Nein! Du willst heiraten? Ich will, ich will, ich will. Das sagt man nicht nur beim Heiraten. Gehen wir da oben hin. Kleiner. Kleiner. Scheiße. Wait a moment, du. Geht nicht. Hätten wir dann von der anderen Seite machen müssen. Jetzt hast du lenken. Verlenken. Ach, du bist so gemein. Toll, wir sind beide verkackt. Ich würde ja erst am liebsten die Fernbedienung kaputt beißen so. Mh, lecker. Finde ich auch. Weißt du, du weißt ja gar nicht, was ich mit der schon alles gemacht habe. Ich müsste jetzt meinen Gesichtsausdruck sehen, ey. Was hat sich denn mit dir gemacht? Ich kann mir nur eins vorstellen, das ist etwas sehr eklig. Okay. Alles okay. Alles okay. Ah! Ups, wollte ich nicht. Ah! Jetzt popp' ich hier raus. Ich will wieder lenken, bis ich endlich will. Ich versuch's, okay? Ey, du musst auf der anderen Seite auch einen haben. Hey! Jeder Seite brauchen wir einen. Nein, ich will das nicht. Doch! Wofür? Die gehen dann irgendwann auseinander und das ist kacke. Siehst du? Ja, sorry. Woh, es geht, ey. Toll. So, we're all. Und ich bin tot. Ich wurde gesprengt. Boom. Ich bin so böse und richtig groß gesprengt. Ich war da gar nicht mehr drauf und dann werde ich auf einmal voraus... Du bist so... Naja, egal. Nimm dich, geh. Ja, du bist nur klein. Das war dämlich. Ja. Ja. Der ist ja easy anscheinend. Nur der ist wie, wie, äh, hier, wie heißt Yoshi? Und so komisch dinsen. Yoshi ist zu süßen gewesen. War klar. Der immer der näher dran steht. Yeah, wir haben gewonnen. Ich habe gewonnen. Hallo? Nur weil du den letzten Schlag gemacht hast? Ich habe alle drei. Dafür jetzt wieder einen Schluck Freeway Orange. Wir sind ja keine Aldi-Fans. Ne, was du da hast, ist ja auch nicht von Aldi, oder? Nein. Nein. Ja, ein Poolhaus. Das ist nicht von Aldi. Das ist nicht von Aldi. Ja, geh mal die Chips hier. Hallo. Einen Chips will ich. Zur Belohnung, klar. Weil wir es jetzt geschafft haben, die Hälfte. Oh, yeah! Ist ja nicht mal so groß wie mein kleiner Finger. Ja, was erwartest du für Riesenchips? Da war vorher voll der Riesige drin. Ich hasse dich. Jetzt fressen wir dir hier schon was vor. Das ist doch voll unfair. Das ist lecker. Oh, ich hasse die Dinger. Du musst da weg. Nein, du Assi! Chill. Ich weiß, der hat das da unten kaputt gemacht. Ich kenne die aus Mario DS. Also Super Mario. New Super Mario DS. Kann man es nicht auch so machen? Nein, ich weiß, dass das nicht geht, aber... Hey, du lässt mich hier unten einfach... Hallo? Du bist so dumm, ne? Ja, ja, und weggucken, ne? Du hast ja nichts gemacht. Nein! Toll. Ich hatte ne Feuerblume und du hast mich jetzt verkackt. Worauf hab ich das voll gemacht? Ich weiß. Ich hatte nichts. Ach, ehrlich? Jetzt darfst du ihn töten. Oh, die leh! Oh! Freue dich mir. Zu sein bei dir. Mir. Hier. Nääääää! Nihaha Let me free To be safe. Ey, das habe ich nicht gemacht. Du hast dich selber da unten verbannt. Ja, aber weil du... Ich wäre da unten gelandet, wenn du nicht... Ja, ich musste ihn töten, sonst hätte er mich getötet. Du bist ja echt... Na, oh! So zum Beispiel. Warum musstest du jetzt Blase machen? Genau, damit du mich zerquetscht. Ich meine, nicht passiert, aber egal. Oh, ey, jetzt, jetzt geh mir gechillter dran, ne? Jetzt geh mir gechillter dran. Frustessen. Du bist ein Frustesser, ey. Ja, das wollte ich nicht, fuck. Ich kann... Aaaaah! So was auch ohne Gewalt lösen. Ich bin ja einfach auf sie drauf. Nee, ist ja nicht gewalttätig. Ich bin ja nicht. Oh, 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 oh! Oh, oh... Oh, oh! Wow! Oh, oh! Zum Glück sind sie zu dumm zum Springen. Ne? Toll. Das ist schissmäßig ey. Okay, wo muss man hin? Ach, das darf man sich jetzt aussuchen, man muss zu sagen alles machen. Ich sehe dich. Ich sehe dich doch. Du siehst du richtig viel. Wir müssen ihn da weglocken lassen. Ich weiß wie special das war. Sind wir schon am Ende? Ich war voll an special, nicht so special. Fuck. Oh yeah. Oh. Ich bleib stehen. Ich vergesse immer, dass man aufstehen muss. Ja. Tja ne. Das können halt nur Profis. Mhm. Aufhören zu essen. Du legst es jetzt hin. Wir haben nur gesagt, einmal. Du bist so dumm, ne? Wir haben doch abgemacht. Ja, wir haben abgemacht, dass wir beim Let's Play nicht essen. Weil wir gesagt haben. Du musst essen. Wir haben gesagt, wenn du dich so erinnerst. Anderen Leuten etwas vorschmatzen ist nicht gut. Ich schmatze nicht. Du sollst nicht freunden. Nein. Das sind ja nicht meine Freunde. Wir haben doch gesagt, dass wir alle unsere Freunde sind. Jetzt bleibst du sie. Hast du? Wir. Wir. Sternenhauuus. Und auf Tod rum springen. Wir. 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 Wir.